Helene Fischer gilt zweifellos als unangefochtene Queen des Schlagers. Viele Musiker träumen davon, einmal mit der Interpretin auf der Bühne zu stehen, Matthias Reim sieht das aber offenbar ein bisschen anders. Helene Fischer, Matthias Reim will kein Duet mit ihr, wüsste nicht, warum. Helene Fischer, 39, gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Nahezu jeder Song der Schlager-Queen wird zum absoluten Hit mit Ohrwurm-Garantie, nahezu alle Konzerte der 39-Jährigen sind restlos ausverkauft. Was Helene anfasst, wird quasi zu Gold. Kein Wunder also, dass wahrscheinlich viele Musiker davon träumen, einmal mit der Atemlos-Interpretin auf der Bühne zu stehen oder sogar ein Duet mit ihr aufzunehmen, oder? Matthias Reim, 66, sieht das nämlich allem anscheinend nach anders. Gegenüber der awesten.de gab er nun zu verstehen, dass er sich keine Zusammenarbeit mit Helene vorstellen könne, ne, ich wüsste nicht, warum, so der 66-Jährige. Songs mit Ex-Michelle passten zu unserer privaten Story. Mit seiner Ex-Michelle, 52, habe er aus bestimmten Gründen damals zwei Duette veröffentlicht, ich habe damals mit Michelle die Lieder nicht verdient und du Idiot gemacht, das war einfach wichtig und musste sein, weil das auch zu unserer privaten Story gepasst hat. Dass er ein Duet mit Helene Fischer ausschließt, hat aber keinesfalls einen persönlichen Grund. Matthias Reim meint, das wäre auch für die Leute nichts wirklich Spannendes, es benötigt ein gewisses Überraschungsmoment. Eine Herausforderung für den Künstler, aber auch das Publikum. Obwohl es mit Sicherheit so manch einen Schlagerfin geben würde, der sich über einen gemeinsamen Song von Helene Fischer und Matthias Reim freuen würde.